Adolf! Ich kriege gleich einen Anfall! Ich wusste es! Ich wusste, dass du einen Anfall kriegst! Ich will das erste Level doch schaffen! Ich wusste das! Aber ich wusste echt, dass du einen Anfall kriegst! Nein! Jetzt komm ich! Oh, das gibt's doch nicht! Verarsch da rein hier! Oh ja, töte mich doch noch! Oh, kannst du mal bitte auf eine Rakete drauf springen und nicht einfach direkt in die Luft runterfallen? Auf eine Rakete? Wo ist denn dann eine Rakete? Ich bin noch da, wo man rüber springen muss! Ach so! Ach ja! Jetzt kommt gar kein... Alter, willst du mich verarschen? Jetzt kamen keine Raketen oder was? Hatschi! Alter, ich sag Hatschi und dann kommen die Raketen raus! Boah, ich bin so am schwiezen! Bin ich ein Schweizer in der Sauna! Das Spiel ist... Hör, die Level sind sofort an Wien! Boah! Alter, ich bin so am ölen! Ja, genau! Sterb doch noch direkt! Ja, genau! Sterb doch noch direkt! Hm, genau! Verreck doch noch direkt! Kannst du mal bitte jetzt auf diese Ise landen? Nein! Das gibt's doch nicht! Fuck! Nochmal! Alles nochmal? Och, nö! Falsche Taste gesorgt! Jetzt ernsthaft wieder alles von vorn? Ja! Ja! Ernsthaft! Ach man, fick dich doch! Also beim ersten bin ich jetzt wieder rüber! Ah! Komm Raketi! 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 Das... Das ist manchmal so mies, bis die kommen, ne? Ah, das gibt's doch nicht! Dass da nicht so ein Zwischenblock ist! Wollte einen hier voll quälen! Ja! Du hast so ein perfektes Timing, dass du am Ende direkt abspringst! So, und jetzt fickt mich die letzte Rakete in meinen Mario Hintern! Ja! Mich haben die Panzer gekäten! Ich bin drüben wieder! Ernsthaft! Ja! Ich komme gar nicht mal in die Nähe wieder richtig hin! Tja, Pech! Ja, diese letzte Play wird sich vielleicht ein paar Stunden halten, weil ich dann auch ausrasten werde und die Spiele einfach löschen werde und meine Kontrolle in die Inge in die Ecke reinschmeißen werde ich Stütze einfach ab! So billiger! Safe! Ähm... Naja, genau, macht den letzten Supersprung nicht! Ja, wenn du diese komischen Dinger gemacht hast, kannst du erstmal Super-Saves machen! Kannst erstmal neun Safe-Sets machen! Ich hab das nämlich... Hab ich eben jetzt auch gemacht! Extra Safe-Sets noch gesetzt! Dass mir das nicht nochmal passiert mit Laden! Also mit Speichern! Ah... Jetzt kann mir das ruhig passieren! Jetzt hast du nur ein Ding! Das musst du dann halt neunmal machen! Ich rutsche ernsthaft vor der Klippe ab! Safe! Safe! Ich rutsche vor der Klippe! Jedes Mal ab! Okay! Nochmal! Ah... Und ich muss niesen! Ah... So, neun Safe-Sets! Ah... So... Mal wieder meine Nissan-Tacke! Yay! Probier's mal! Mit Gemütlichkeit! Ich flieg schon wieder vor der Klippe runter! Ich krieg so langsam einen Ahanfall! Yay! Ich hab's rüber geschafft! Auf diesen einen Block! Noch! Safe! Safe! So... Die paar reichen! 3... 4 Stück! Bin ich behindert! Warum schaff ich das jetzt nicht mehr? Ehrlich! Wieso man das denn hier bitteschön schaffen? Das diese... Raketen auch so kacke fliegen, ne? Mhm! Du springst immer schneller! Und die Raketen... Die werden nicht schneller! Ja! Und dann soll man den letzten... Ah, das ist... Ja, jetzt lauf ich auch noch automatisch runter... Scheiße, da kann ich hinziehen! Das hätt eben klappen können! Mir klappt nix mehr! Ja... Mach'sch mich noch verrückt! Was ist los? Ach nein, das geht ja gar nicht! Fuck! Ich muss noch mal einen anderen Speicher-Slot zu wählen! Schaden! Du überspeichert doch gleich den richtigen wieder! Also den falschen! Nicht, dass du dann einen neuen falsch hast auf einmal! Und speichern... Ne, ne, macht das schon nicht! Ich achte schon auch nicht drauf! Oh, ich rutsch immer vorne ab! Kann nicht wahr sein! Was macht das denn denn? Mann, ey! Ich rat's mir hier gleich aus! Was? 3, 2, 1... Ah, diese Raketen, ne? Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Hm... Ehrlich! Habe ich gut gespeichert grad! Warum? In der Luft rumgecheatet? Nein! In dem Moment, wo ich von dem einen Block runtergerutscht bin! So! Wenn man sich mehrere Saves gemacht hat! Mh... Naja! So! Alles klar! Oh, jetzt muss ich erstmal safen hier! Safe! Safe! Wie soll denn das gehen eigentlich? Safe! Safe! Wie? Safe! Safe! Wir werden einfach instant alle Dinger voll... Nein! Ach so! Ne? Wie soll man das denn schaffen da unten? Mhm! Jetzt habe ich keinen Hintergrund mehr! Ja! Pech! Hast du ausgeschaltet grad? Ja, irgendwo hab ich den ausgeschaltet! Ist normalerweise unter F2! Ja, anscheinend aber! F2 und F4, so wenn ich weiß! Oh, Shit! Ah egal! Jetzt habe ich keinen Hintergrund mehr! Mhm! Mach mir auch nicht... Ja! Genau! Dann saugen wir mal das... Was ist das der macht? Nimm grad Pokémon auf! Voll das Heldenspiel! Nimm da grad Pokémon auf! Weil ich wohl auf 8 gekommen bin! Oh cool! Mhm! Denke ich mir auch! Deswegen habe ich da die Wechsel mit SDRG gemacht! Naja, jetzt ist's auch egal! Oh! Männers! Na okay! Laut! Nein! Ah! Das hätte ich schaffen können! Okay! Der erste Level eigentlich schon fertig? Nein, habe ich noch nicht! Laut! Hätte ich gesagt dann! Laut! Wo bist du grade? Hm! Warum? Warum taucht er mit einem Block auf? Unten? Bist du an den Gegend gesprungen? Auf den Gegner rauf! Und dann ist ein Block aufgetaucht! Hm! Wo bist du denn jetzt grad ungefähr? Das muss man nämlich so machen! Ah! Das muss man nämlich irgendwie so machen! Das ist ja das Problem! Wo bist du grade? Oh, ich bleib nicht auf diesem Block stehen! Hinten! Ah! Ich rutsche immer von diesem Block runter! Nach den Schildkröten! Okay! Was ist denn los bei mir? Gut, dass daneben springen ist Dummheit! Oder gegen die Pflanzen springen! Warum lade ich denn nochmal? Das weiß ich natürlich nicht! Ah! Ich springe dann bitte auf die zweite Schildkröte auch noch! Und nicht einfach nur... Ah! Bin ich hier ein Held?